So und hiermit herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Vanguard Video der Valhalla gekrönten Wikinger-Banausen. Ah Leute, und ich kann euch sagen, dieses Video ist geil und zwar aus vielen Gründen. Ja, nevermind. Shit! Egal Leute, ich weiß gar nicht, was passiert jetzt gerade, aber ich würde einfach mal sagen, dieses Video ist super geil. V2 Rocket 133 Plus Streak. Aber nicht zu vergessen, Leute, ich muss euch unbedingt noch was sagen. Und zwar habe ich jetzt drei, fast vier Wochen, beziehungsweise schon wirklich einen Monat drauf gewartet und kein COD gespielt. Nur wegen diesem wundervollen Meisterwerk hier. Und zwar einem wundervollen PS5 Aim Controller. Also wirklich OG-mäßig. Schaut euch das mal an, Alter. Holy! Holy! Also insgesamt waren vier Paddles. Ich habe zwei weggemacht, weil ich benutze eh nur zwei immer. Also im Gegensatz zu den PS4-Controllern natürlich, die sind etwas größer, aber vom Feeling her absolut so gut gewesen, dass ich wirklich am ersten Tag, wo ich wieder COD gespielt habe, das war gestern, erster Tag nach einem Monat, V2 Rocket gedroppt. In diesem Video seht ihr dann das komplette Gameplay. Ich habe auch Quartet getetet. Five Ons. Ich habe acht Five Ons getetet. Five Ons times two, was weiß ich alles. Abgesehen davon, was natürlich die OP-Klasse ist, aber dennoch fand ich es halt echt krass, dass ich es unter wieder zwei bis drei Stunden erspielt habe, alles. Also die Clips gehen einfach komplett ab mit der ersten Klasse und zweitens mit dem Controller. Auf jeden Fall Leute, gönnt euch dieses wundervolle Gameplay. Bis dann würde ich mal sagen, ich bin raus. Peace out, hotz rein, euer Tab, habt euch lieb und bis zum Wunderfall im nächsten Video. Oh, ich liebe FOVs, leider fühlt sich so schön an. Ey, Junge, das ist so ein Scheiß, Digger, zwei Schüsse tot. Moin, noch mehr meine Mutter, am besten. Ja, geil. Das würde ihm wirklich noch gegeben. Bruder, das ist für uns. Ja, ja, Digger, ich müsse euch, ich klette den Billiard-Fischlug. Ja, Moin. Hi, FF. Er ist so schlecht, aber ich habe keinen losgekommen. Bruder, ich sterbe, wie viel fucking Trantranat oder was so gut ist das? Ich gehe schon skrupellos, Digger. Ey, Digger, Mann, weißt du, wie nur freundlich dieses Spiel ist. Es ist so unfair, Digger. Ja, ich muss nicht mal gut sein. Ich muss nicht mal gut sein. Ich muss nicht mal gut sein. Ja, Mann, die Spawns, das kannst du dir halt echt nicht geben. Das ist sofort klar. Ja, Moin, Digger, es sollte mir vielleicht sein. Alles gut. Ich bin ein Schuss, Digger, weil ich vom fucking Rant, weil ich dem Rant gesetzt werde. Da kommt irgendein, hier in so einen Street. Warte mal. Hallo? Wie das skrupellos ist. Krass. Oh, Mann, T-Man spawnen am besten nochmal. Na, kurz noch fix vorne. Das Spiel kannst du dir halt nicht mehr geben. Ich bin so fucking cool, du kannst es nicht mehr geben. Ich hab 4-2-Rocket, Bro. Oh nein, Hobbit. Oh, nice. Alles klar, Digga. Erstes Game. Ich hab 64 plus schon, Digga. 3 Minuten, Digga. Ähm, zählen die Hunde, als dein Kills mit, also wer einfach 2-Rocket? Ähm, glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, sonst hätte ich schon früher. Oh mein Gott, ich muss einfach... Uh! Da war ein Triple-Colette, Digga. Ja, er trifft nur einen. Ja, Digga, meine... Ich wüsste connecten nicht. Ich sterbe wieder durch ne Brand-Kanate. Was ist das für ein Feind, Digga? Wieso viel brenne ich die ganze Zeit? Ja, ich will. Ich will jetzt endlich mal aufsetzen. Ähm... Entäubung, gegen Strengstoff, hier. Tag den Masker ist eigentlich los. Also so ohne Spannung kann man so hoch und so hoch gehen. Und ich steppe immer noch durch die Verflanzkammer. Die haben neue Dinger am besten. Ich müsste den Quad-P, Digga. Ich krieg nie keine Kills mehr. Ich bin so dead! Ich bin so bad, Digga. Ich misse den Five-Man-Speed und den Gold-Speed. Ja, Moin, Digga. Ich bin so bad. Ey, nee! Wieso ist das überhaupt ne Sache, dass du... Was ist das für ne Scheiss Kranate, Junge? Wer ist denn Kranate? Aber... Dude, ich hab für mich vollständig wie viele Hitmarken gemacht hier bin. Jesus Christoph, das ist gut. Das ist doch fucking Sniper, Sniper Digga. Ja, ich kann einfach zu gut für dich. Ich bin so... Ich liebe dieses Wachengefühl. Du weißt was? Dieses Wachengefühl im Spiel ist schon geil. Oh, go on! Ich bin schockt. Was will ich gesplittet sind, Vater? Oder ein Aim. Ich hab ein Aim-Bot. Glaube ich. Bin ich sicher. Kann sein. Kann nicht sein. Oder ein Aim. Ich hab wieder 100. Schockt. Ich hab ein Facken auf der Seite. Was ist mit den Gegner? Jörg, meine Schüsse connecten nicht. Oh, ich spiel gleich mit Visieren. Ich fühle gerade... Ähm, automatisiert fühle ich gerade nicht so. Das Beste ist hier das ZVK irgendwas. Das ist das Beste, was du hier sagst. Junge, deine Hunde Kinn, also die spawnen neben mir, digga. Er spawnt einen Zentimeter neben mir. Nee, bewegt dich. Ich sehe gar nichts. Hier ist alles unterbrannt. Jesus. Hitwacker. Nee, Mann, ich muss nachladen. Diese Waffe ist hoch, ne? Hier bei 190 Meistern am Rocket. Digga, er spawnt neben mir, Junge. Oh, liegt die Pitmarker. Ich bin so mad. Okay. Das Game lag bei mir. Manchmal lag das Wälder auch. Oh, oh, okay, er zündet. Mach schon lange. Ja. Das geht gar nicht, oder? Das geht gar nicht, oder? Ich hab das vorgesehen, wenn ich kann, wie ich... Das geht gar nicht, oder? Ich kann nicht mit 500 Gäller, Digga. Ich habe es auf die Kölzer gelegt. Das war's für ein paar Mal. Ich kann das jetzt mal ausdrücken, wenn ich das 30-mal habe. Ich kann das jetzt mal ausdrücken. Bis zum nächsten Mal.